In einem Video, das RTL vorliegt, sieht man Till Schweiger, wie er von seinem Freund, Oliver Masucki, 55, ebenfalls Schauspieler, mutmaßlich unter Schmerzen in ein Krankenhaus auf Mallorca getragen wird. Er stöhnt und kann wohl auch nicht mehr eigenständig laufen, zumindest scheint es so. Kurz darauf kommt der Schauspieler wieder heraus, auf seinen eigenen Beinen und anscheinend ohne Schmerzen. Doch was ist passiert? Ich habe gedacht, ich hätte mir beide Arme gebrochen. Aber es ist nur der linke, der andere ist nur angebrochen, sagte er zu RTL, bis Masucki ihn unterbricht und wieder ins Auto setzt. Verdächtig, schon bei seiner Einlieferung scheinen Schweigers Arme verbunden zu sein. Also alles nur Show für die Medien, die vor der Klinik auf ein Lebenszeichen von ihm warteten? Doch eigentlich hatte Schweiger nur wenige Stunden vor den kuriosen Szenen die Klinik nach seiner Sepsis-Diagnose schon wieder verlassen. Ihm schien es besser zu gehen. Oder nicht? Geht es dem Schauspieler vielleicht noch schlechter als gedacht und sollte er immer noch ein Alkoholproblem haben? Was er eigentlich im Interview mit Matze Hielscher, 45, in dessen Podcast Hotel Matze erst vor ein paar Wochen abgestritten hatte. Doch in dem Video vor dem Krankenhaus scheint Schweiger zu lallen und er wirkt etwas desorientiert. Ob und wie schlecht es ihm geht oder ob er doch nur für die Kameras geschauspielert hat, blieb abzuwarten. Wenn die Kamera betrachtet, blieb abzuwarten, dann kommt die Kamera nach hinten. Wenn die Kamera betrachtet, blieb abzuwarten, dann wird die Kamera überrascht. Untertitelung des ZDF, 2020